Drei Gründe. 1. Ein 77 Jahre alten Mann steckt man nicht mehr in ein überfülltes italienisches Gefängnis. 2. Uli Hoeneß ist schon ins Gefängnis gegangen. Einer reicht es. 3. Ab September muss man das moderieren. Bankenunion? Das klingt furchtbar langweilig und scheiße. Nennen wir es Silvie van der Vaart. Silvie van der Vaart überwacht die Banken. In jedem Land die drei größten Banken. Das heißt, sie fliegt die ganze Zeit hin und her. Silvie van der Vaart, Jet Set, in jeder großen Stadt Europas unterwegs. Das ist genau ihr Leben. Außerdem schließt sie jede Bank ab, die droht pleite zu gehen. Dafür kriegt sie einen Schlüssel. Wenn sie eh schon in der Stadt ist, kann sie auch jede Filiale abschließen und zu tapezieren mit den Interviews, die sie Gala gegeben hat. Und drittens schenkt sie jedem Land ein Sparschwein, damit sie einen Groschen für den Notfall hat. Weil Schweine kennt Silvie genug. Ich denke dafür gibt es nur eine Lösung. Die deutschen Autofahrer, die seit Jahren von der Politik aus übelst dick gemolken werden, müssen verschont werden. Wenn die Grenzwerte andauernd überschritten werden, dann liegt es doch vielleicht an den Grenzwerten selbst. Und nicht an den Autofahrern. Grenzwertwachstum statt Wirtschaftswachstum. Des Metamützes Mischgemüsepartei, die Bürger zur Europawahl radikalisiert. Das war's. Das war's.